So, heute gibt es nochmal was aus meiner Feder. How good is that? Beginnt mit einem Chassé-Backrock. Ich würde die ersten acht einmal vormachen. Chassé-Backrock-Side-Touch-Side-Touch. Dieser letzte Side-Touch ist quasi schon die Hälfte von einem One-Three. Da kommt aber dann den letzten Klicks. Nochmal zusammen. Sieben, acht. Chassé-Backrock-Side-Touch-Side-Ab. So, dann kommt, also eins, zwei, drei, vier. Zwei Kickball-Cross und Side-Rock. Kickball-Cross, Kickball-Cross, Side-Rock. Das würde ich jetzt mal zusammen machen, weil das, glaube ich, ein bisschen einfacher ist. Sieben, acht. Chassé-Backrock-Side-Touch-Side-Touch-Side-Touch-Side-Touch-Side-Touch-Side-Touch-Side-Touch-Kickball-Cross-Side-Rock. Nochmal anfangen. Touch, Side, Dreh, Side, Touch, Kick, Ball, Cross, Kick, Ball, Cross, Side, Rock. An der Seite, dass ich heute ein bisschen abgelenkt bin, weil ich Besuch hier habe. Also wenn ich zwischendurch mal schmunzle, dann ist das nicht wegen euch. Wahrscheinlich wegen der jungen Dame, die mich gerade besucht. Okay. Können wir sagen? Sieben, acht, Chassé, Back, Rock, Side, Touch, Side, Dreh, Side, Touch, Kick, Ball, Cross, Side, Rock. Das ist schon süß. Okay, wir machen Viertel Sailor Turn und dann mit links ein Toast Rock. Sieben, acht, Sailor Turn, Toast Rock und zwei Toast Rock mit dem Halben. Toast Rock, Toast Rock. Dann haben wir das nächste Päckchen auch schon fertig. Wir haben den Side Rock gemacht, haben das Gewicht also auf dem linken Fuß. Sieben, acht, Sailor Turn, Toast Rock, Toast Rock und zwei Toast Rock. Noch einmal, Gewicht ist auf dem linken Fuß. Sieben, acht, Sailor Turn, Toast Rock, Toast Rock, Toast Rock, Toast Rock. Acht, Kickball, 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 Side Rock. Und weil das so schön war, machen wir das noch. Sieben, acht, Chassé, Back, Rock. Side, Touch, Side, Dreh, Side, Up. Kickball, Cross, Kickball, Cross, Side, Rock. Sailor Turn, Toast Rock, Toast Rock, Toast Rock, Toast Rock. Wir machen einen Grapebein nach links mit einem Touch. und ein Viertel nach rechts mit einem Viertel Turn und damit Grapebein nach links. Sieben, acht, Grapebein, Viertel, Tipp, Grapebein nach links, Tipp. Das war mir zu kompliziert, wie ich das ausgesprochen hatte. Okay. Wir haben Gewicht auf vorne links. Sieben, acht, Grapebein, Viertel, Tipp, Grapebein, links, Tipp. Dann ist auch schon der Tanz fertig. Okay, wir machen noch mal ab im Sailor Turn. Wir stehen auf drei Uhr, haben Gewicht am linken Fuß. Sieben, acht, Sailor Turn, Toast Rock, Toast Rock, Toast Rock, Grapein, Viertel, Tipp, Grapein, links, Tipp. Okay, dann probieren wir mal von Anfang. Sieben, acht, Chassé. Back, Back, Rock, Side, Touch, Side, Dreh, Touch, Run, Kick, Ball, Cross, Kick, Ball, Cross, Side, Rock. Sailor Turn, Sailor Turn, Sailor Turn, Sailor Turn, Toast Rock, Grapein, Viertel, Tipp, Grapein, Viertel, Tipp, Grapein, links, Tipp. Okay, dann probieren wir mal die zweite Wand. Sieben, acht, sieben, acht, sieben, 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 acht, Chassé, Back, Rock, Side, Tipp, Tipp, Grapein, Viertel, Tipp, Grapein, Viertel, Tipp, Grapein, links, dritte Wand. Okay, wir fangen jetzt für mich nochmal ganz in Ruhe, die dritte Wand an. Sieben, sieben, acht, Chassé, Back, Rock, Tipp, Grapein, Viertel, Tipp, Grapein, Tipp, Grapein, Tipp, Grapein, Tipp, Grapein, Tipp, Grapein, Tipp, Grapein, Tipp. Okay, dann fangen wir jetzt hier die vierte an und in der vierten haben wir nach dem Side-Rock, also nach dem zweiten Pätschern und Ruhe starten. Sieben, acht, Chassé, Back, Rock, Touch, Run, Tippen, Dreh, Tippen, Run, Kick, Ball, Cross, Kick, Ball, Cross, Side, Hawk, We Start, Chassé, Back, Rock, Tippen, Run, Tippen, Dreh, Tippen, Run, Kick, Ball, Cross, Kick, Ball, Cross, Side, Rock, Sailor, Turn, Toe, Struck, Toe, Strack. Toe, Strub, Grape, Wein, Viertel, Tipp, Grape, Wein, Links und Anfang, Chassis, Back, Rock, Tippen, Run, Tippen, Kling, Tippen, Run, Kick, Ball, Cross, Kick, Ball, Cross, Side, Rock, Sailor, Turn, Toe, Strub, Toe, Strub, Toe, Strub, Grape, Wein, Viertel, Tipp, Grape, Wein, Links. Okay, ich wäre soweit. Wir machen es mal mit Musik.